Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schleserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vorn kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Hören Sie denn die Schussnacht? Starte! Hörst! Spiel du uns und es wachs will! Wir müssen uns alle eine Eisenbahnbranke über die Ola haben. Nein, das ist das Verlust! Nein, das ist das Verlust! Nein, das ist das Verlust! Nein, nein, das ist das Verlust! Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Stadkamm. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe vom Führer uns sofort aufhängen. Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe streckt zwölf Kilometer vom Stadkamm. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erminden eine Eisenbahnbrücke über die Ola. Ach, uns hängen! Und dann-